Yes, Ladies and Gentlemen, wie versprochen gibt es wieder mehr Content und wie versprochen machen wir das, wonach ihr verlangt. Und deshalb haben wir jetzt erstmal Playlists gemacht und aus diesem Playlist machen wir jetzt ein paar Mixe. Und den ersten Mix haben wir hier von meiner Veranstaltung in Augsburg. Und zwar geht es um Levels bzw. Freed from Desire auf Levels. Das wird hier in 4 Minuten 38 besprochen und wie das Ganze sich anhört, zeige ich euch hier. Viel Spaß! So, ein wirklich leichter Übergang ist, was hier rauscht, ist übrigens die Spülmaschine. Freed from Desire, Minute 2, 22 ist der zweite oder dritte Refrain und danach kommt so ein Instrumentalteil. Und da gehe ich mit diesem Instrumentalteil von Levels rein. Nehme bei Levels den Bass raus und zum Schluss von Freed from Desire nehme ich ein bisschen Reverb rein, dass ich so ein Swoosh nach außen mache. Das mache ich relativ gerne bei fast allen Mixen, dass ich zum Schluss irgendeinen Effekt draufgebe, dass der Fade-Out sauber ist, nicht so gecuttet ist. Also klingt dann so. Was tauschen? Was? 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 Ich war jetzt den Schluss nicht ganz so gelungen, aber ihr wisst, worauf ich raus will und in welche Richtung es gehen soll. Und von Remy Danny, da werde ich mein kleines Tutorial machen, das ist wirklich nicht schwer. Kannst du zum Schluss mega gut mixen. Übrigens sehr sehr lehrreich, hilfreich für einen selber, das so zu zerlegen, die Setlist, das Feedback seiner Kollegen zu bekommen und dann so ein Mix nochmal selber zu Hause auszuprobieren. Also macht das mal mit euren Gigs, es ist wahnsinnig lehrreich und man kommt extrem voran. Viel Spaß bei Remy Danny mit Alles Neue, Fox. Ich spiele Alles Neue von Peter Fox immer so ab 138 bis 140 und werde nur diese Stelle von Remy Danny lupen und werde dann gleich mit Peter Fox reingehen. Bedeutet, wir müssen von 130 auf 138, was man ganz cool mit den Lupen machen kann, die ich euch jetzt gleich zeige. Ich verbrenne mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich hab meine Kuh hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein Eisleben schmeckt wie labriger Toast. Brat mir Bratsch, Peter kocht jetzt keins. Und schon ist man bei Peter Fox alles neu. Yes, das waren die beiden Mixe, die ich jetzt das erste Mal in den Ring geworfen habe. Ich freu mich extrem auf Pius, ich freu mich extrem auf Genia, was die beiden so präsentieren werden aus ihrer Playlist. Wird dann wahrscheinlich nächste Woche folgen. Wir warten ganz gespannt auf die Datenschutzerklärung. Launch der Website wird bald kommen. Mittlerweile mit 27 Wochen Verspätung, ich weiß nicht. Aber egal. Ich hoffe euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, macht die Glocke an und gebt mir Feedback. Hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.